äh, pass auf, wir machen das mal ganz einfach äh, camp verlegen so, pass auf, ich geh jetzt mal da runter zu dem Typen und baue das Camp dahin pass auf, die Zombiesau äh, reiche erst mal die anderen Sachen wieder ab hier wenn ich die Jotimatsch bitte genommen ja, doch, die werden mitgenommen oh, okay beziehungsweise, die müssen wir dann jedes Mal neu platzieren, ne? so und jetzt machen wir nochmal, zack, bauen herstellung und dann sagen wir mal kochstation da ha, jetzt hat er die genommen ja, dann wollte der, dass wir das in der Nähe machen hier wo war die Lagertruhe äh, gute Frage, lass mich kurz gucken behälter behälter, lager, truhe ich platze hier so schon glaub schon was noch klein ja, jetzt ist das abgeschlossen sehr schön ah, dann müssen wir das jetzt aber auch nur für uns äh, dass du das machst, Lukas und ich müssen das machen ne, bei mir steht auch, dass es gerade gemacht ist ja, bei mir steht jetzt, errichte dein Camp wow würde ich sagen, dann machst du das einfach mal hier, würde ich sagen, oder? ja, da muss nur das andere Camp dann wieder weg sein das ist sonst eine Reichweite kannst du das nicht abmachen, jetzt? das ist ja dein Camp, oder? du, dann eingestufen, nur abreißen, oder? drückt mal, drückt mal einer von euch bitte auf Tab und dann guckt mal, was da steht bei Z äh, Camp 1 umlagern oder sowas oder umplatzieren ne, das kannst ich kann dann erst, äh, ich kann nur meins platzieren ich kann nur, äh, Camp verlegen ach krass, das kostet mich jetzt, äh, 8 Kronkorken ja, ja, dann, dann, dann verlegt mal das Camp weil, äh, ich hab ja jetzt schon verlegt ich hab ja jetzt das Quest schon gemacht ich auch, also, ich bei mir ist die, äh, Quest auch gerade abgeschlossen bei mir steht die nämlich gerade da ja, dann nimmst du jetzt das, äh machst du jetzt Camp verlegen setzt es zwei Zentimeter weiter um und dann baust du nochmal die beiden Sachen über das Menü dann müssen wir doch hier bei dem in der Nähe machen, ne? ja, ja, sag ich ja, zwei Zentimeter weiter es geht ja nur darum, dass du das platzierst ne, weil ich kann das Camp, was hier jetzt gerade steht nämlich nicht wegtun das ist ja deins, da kann er ja nix dran machen ja ja, ich kann das aber auch nur umplatzieren, ne? ich kann das nicht abreißen kannst du das wieder einsammeln, so wie grad eben ja, ja, das ist umplatzieren ich kann das nur umplatzieren ach, nehmst du das denn ganz mit, oder was? ne, wenn das steht, steht das offensichtlich also ich kann es halt nur umplatzieren nur mit an einem anderen Ort nehmen aber dann muss ich es halt auch direkt wieder platzieren dann ist das Problem hm 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 da haben wir bei spürt gemacht mit dem basenbau diese roboter alter ich liebe es ja die leute sind auf dem weg zu uns also zum flughafen hast du jetzt auch bekommen mal was war das jetzt ein ja du hast das du hast das quest oder was ja die habe ich jetzt gerade abgeschlossen ok die anderen mitspieler sind jetzt am bahnhof na ja das sind die ganze zeit schon die waren eben beim schrottplatz und jetzt sind die am bahnhof kommen mit großen schritten richtung flughafen so ich muss mal ganz kurz hingehen und brauche noch mal schnell eine werkbank ist das kompliziert gemacht alter basenbau war nie in fordert was schönes herstellung vor allen dingen finde ich das blöd muss ich jetzt die sachen jedes mal neu bauen mit neuen rohstoffen das wäre ein bisschen abgefuckt habe ich gerade wie kannst du das wieder wegpacken wegpacken gar nicht so bauen transfer ja der typ labert ein scheiß alter du hast aber auch gerade gehört ne ja der roboter ja so ok also wenn die teile einmal hingestellt hast dann warte dann gehe ich nochmal auf bauen modifikatoren ah ok wenn man einmal sachen platziert hat dann kann man lagern bzw verwerten ja oder man macht einfach ok ich habe keine augen ähm ja freude auswählen boah ist das kompliziert ey so jetzt habe ich das alles auswahl anpflanzen laupause erstellen kleines lager so jetzt habe ich das mal erledigt er musste raus wieder mitnehmen können ohne dass er die ganze zeit ist sehr komisch zu bauen wechseln verlassen lagern verarbeiten also ich habe auf jeden fall von dem lager jetzt so wie es ist mal eine blaupause gemacht so dann lassen wir das lager jetzt so wie es ist einfach mal stehen gehen wir mal hier ein stückchen hoch gehen wir mal hier ein stückchen hoch wieso kann ich denn mein camp jetzt hier hin nicht verlegen was geht denn ab ok lukas ist es dort weg oder Ja, wo hast du es hingetan? Oder hast du es eingepackt? Hier oben? Nee, einpacken geht wohl nicht. Das ist blöd. Wenn du schon eine kleine Bemerkung machen darf, die Leute sind, die zwei sind so gut wie am Flughafen. Ja. Blaupause. Nee, ich will... zu bauen, wechseln, bearbeiten. Nee, will ich nicht, Alter. Ich komme da nicht drauf klar, ne? Ja. Nützt nichts. Ich würde sagen, wir gehen weiter. Moment. Ich komme zu euch. Boah, ich muss was trinken. Scheiße. Boah, der ist jetzt... Aber auch ziemlich kacke. Bist du den Arbeiter auch? Ja, der schreit um Hilfe. Aber der ist freundlich, der wird nicht rot angezeigt. Mal gucken, was der will. Irgendwär. Das ist ein Notfall. Helfen Sie mir. Oh. Sieh da. Schnell. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ich kann es nicht genau sagen, aber offenbar ist bei mir eine katastrophale Fehlfunktion aufgetreten, die zu einer Explosion führen könnte. Bitte. Oh oh. Wenn Sie die benötigten Reparaturen durchführen können, sollte das Undenkbare verhindert werden. Ich habe keinen Schaltkreis. Hast du einen Schaltkreis? Ja, habe ihn repariert. Aber ich glaube, mir bleibt nur noch wenig Zeit. Bitte reparieren Sie mich, dann können wir die Zerstörung abwenden. Du bist doch schon repariert. Gut gemacht. Ich fühle mich wieder pudelwohl. Wie kann ich das jemals vergessen? Ich weiß was. Hier, bitte. Was denn? Hallöchen? Was denn hier bitte, Alter? Ich habe nichts gekriegt. Bearschelungsdorf. Hä? Hier liegt nichts, Alter. Was ist das für einer? Kann er aber auch nicht erschießen. Ralf hat das jetzt bei dir am Lager geklappt, dass du Sachen quasi wieder aufbauen konntest, nachdem du es so einmal hingestellt hast? Ja, wenn ich lagern, bauen, kannst du ja auch wieder einlagern. Ja, ja, dann zeigt er mir aber an, dass der die zerlegt, also dass der die verwertet und dann kriegt man ja weniger raus, als er mal reingesteckt hat. Weißt du, was ich meine? Ja, nee, das ist jetzt nicht das Problem. Komisch. Ha. Okay, R. Dann lagern und fertig. Oh, das mit dem Camp, das ist das, was mich stört. Dass du das echt nicht wieder mitnehmen kannst. Weißt du? Ja, aber gut, dann bleibt es halt an dem Punkt stehen. Kein anderer kommt an deinen Krempel ran. Und da, wo du es brauchst, stellst du es dann halt hin. Ich denke, das geht irgendwie. So, wo müssen wir denn hin? Wir müssen jetzt eigentlich zum Flugplatz. Schon wieder? Ja. Aber ich habe gerade hier eine Hütte im Wald gesehen, da würde ich erstmal ganz gerne vorbeischauen, wenn ihr Bock habt. Können wir machen. Vor allem, weil da ja die anderen Spieler jetzt am Flughafen sind fast. Ja. Ja, wo wollte er denn jetzt hinlaufen? Hier, zwei Meter weiter quasi, ist eine kleine Hütte. Hier, ne? Ja, ich will nur mal gucken, was es hier gibt. Eine Kaffeekanne direkt mitnehmen, danke dafür. Und das ist ein Kürbis. Den kann ich aber nicht aufheben. Das ist ein unzerstörbarer Kürbis. Ja. Das sind die leckersten. Okay, wenn wir jetzt da nach unten gehen, sind da überlevelte Gegner. Wo? Geradeaus Richtung Stadt oder was das ist. Da hast du ein Level 10 Viecher. Oder sogar noch mehr. Okay. Ne, dann lass uns Richtung Flughafen gehen erst nochmal. Wir müssen da jetzt hin. Na gut, dann, äh, let's go. Ja, für das, äh, fortgeschrittene Responder-Training, ne? Ähm, warte, ich hab's noch gar nicht markiert. Ist das das? Wegen dieses Sponsort-Training, das wird mir nicht angezeigt. Ah ja, doch, das ist das, was, äh, markiert ist, ja. Oh, okay. Ah ja. Vielen Dank.